Was war ein Einstieg in den neuen Bart, ey? Der steht in der Luft. Alter, krass. Und jetzt haben wir im oberen Zustand. So, dann mal weiter. Beziehungsweise zurück. Aber das entfällt. Und wie müssen wir jetzt eigentlich... Ich schätze mal, dass wir zurück nach Abba senden müssen. Und mal Zephi abholen. Und wir sind da doch irgendwo noch ganz alleine rum, oder? Bestatten wir dem Hauptquartier der Südarmee mal einen Besuch ab. Das könnte sich als büffelig erweisen. Dann wird man die Information abholen. Q-Post, gibt es irgendwas? Was weißt du über Majestät König Ibril? Jedermann. Heute lernst du was über die verstorbene Königin. Königin Ibril ist die Mutter von Prinzessin Rysip Filda. Sie soll schon früh mit königlicher Anmut und Charisma gesegnet gewesen sein. Sie war eine gute Königin. Aber der Premierminister Schulzeit brachte sie um. Wenn der Bürgerkrieg irgendwann ein Ende findet und Prinzessin Rysip Filda den Thron zurückerlangt, wird sich sicherlich auch eine sehr gute Königin abgeben. Icognito. 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 Alter, Icognitos. Ihr geht mir auf den Geist. Ihr könntet nicht einfach wieder in eure Dimension zurückkehren. Es reicht schon, dass ihr ganze Landstreiche in Kristall umgewandelt habt. Und hilflos dabei zugesehen habt, wie Palkia und die Algar das Raumseitgefüge komplett auseinandergerissen haben. Im Ernst, Leute. Im Ernst. Nee, nee, nee. Nö, bitte was? Nö, 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 nö. Ich schweife nicht ab. Ich konzentriere mich voll aufs Spiel. Der Grünstich ist wieder da. Äh. Ach, guck mal. Da haben wir ein Fleckchen. Ein Fleckchen. Eine Flagge. Das uns hinzeigt. Dahin müssen wir, Leute. Nicht mit Pfeifen im Operator. Das ist ein schlechter LP-Style. So. Da bin ich mal gespannt. Sefi, lässt du jetzt die Bombe platzen? Ich hab das Gefühl, es kommt irgendwelche schlechten Nachrichten. Ich hab das Gefühl, dass ich schon wieder in die falsche Richtung gelaufen bin. Wir hätten wieder mit dem Typen reden müssen, oder? Ja. Warum lerne ich es nicht? Eine Pause machen. Ihr könnt euch oben ausruhen. Ich müsste... Keine Ahnung. Ich suche auf jeden Fall ein Taschentuch. Agro, hast du eins für mich? Ich nehme auch eine Serviette, oder so etwas. Ach, du bist so ein Penner, ey. Oh. Ja, ich klicke wie ein Elefant, wenn ich schnaube. Tut mir leid, aber es ist so. Da musst du nicht so überrascht gucken. Ja, ich bin so. Ich glaube, das ist so. Die Sentineln sind erschüttert mit verschiedenen Räten mit verschiedenen Räten. Including Menschen. Ich glaube, das erklärt, warum die Sentineln immer so sehr schüttert haben. Ich glaube, dass die Sentineln immer so sehr schüttert haben. Ich glaube, unsere Scout, Rue, wird zurückgekommen von ihrer Reconneissance-Missionen in Belfort. Wir sollten noch mehr Informationen auf die Sentineln kommen, wenn sie in die Nachrichten kommt. Diese Norte sind inhumane. Ich habe nie gehört von etwas so Atrocious. Es ist wahr, dass dieser Stift verabschiede eine Divine Retribution. Aber vielleicht fühlen sie, dass sie eine Verkunft haben, mit allen Dingen notwendig. Soll es das, ich kann niemals so schädig sein, dass ich so schädig sein kann. Unserem Projekt? Ihr könntet ja Freiwillige nehmen! I will never forgive the Royal Family, and it won't stay quiet! You can be sure that an atrocity of this magnitude will be dragged out into the light! But only after the war is over! And then we'll simply see to it that no one talks. There are any number of methods to do so. That is out of the question! I agree with the Princess' position. Having the throne drenched in blood is the same as building a house on sand. Lord Alex, wir sind in einer Krieg. Wir sollten die Krieg, auch wenn es bedeutet, dass unsere Ideen betrachten. Das ist kein Zeitpunkt für schöne Plattitudes. Natürlich, wenn die Sotterne Fortsen drastisch entnämmert waren, hätten wir sicherlich keine Wahl, aber zu produzieren Sentinels. However, wir haben jetzt Dünan Hill geschlossen, und die Tide der Krieg ist in unsere Worte. Was ist, wenn wir die Sotterne Fortsen für die Sotterne Fortsen für jetzt? Und später, wenn die Situation es ermöglicht, wir wiederholen den Plan. Vierter so dumme Worte... ist nicht wie Sie, Lord Alex. Hm. Der Fakt der Sache ist, dass es mehr dazu gibt. Wie Sie wissen, die Sotterne Fortsen wurden nach den Guardianen, wie die Sotterne Fortsen vorhanden. In der Fall, die Möglichkeit existiert, dass die Guardianen aus dem gleichen Methoden wie die Sotterne Fortsen. Sie sagen, dass es durch die Sotterne Fortsen gegründet wurde, durch die Sotterne Fortsen und Mönsteren? Präposterhaft! Die Heroe Strass niemals... Sie sagen, dass die Humanität wurde auf die sehr frange der Extinktion während der großen Karte der Krieg. Wer sagt, dass wenn sie mit der Gefahr der Annihilation, dass sogar jemand wie ein großartiger Hero auswählen würde die falsche Wahl machen? Ich glaube, dass wir uns nicht mehr auswählen unsere Programme und nichts mehr zu tun mit den Sentineln. Das könnte sich die Grunde der Royal-Familie auswählen. In diesem Fall, ich glaube, dass wir klassenen die Sotterne Fortsen als ein secretes, selbst im Militär. Wenn die Royal-Familie fällt, dann verlieren wir unsere Moral-Authorität in diesem Krieg. Ich muss sagen, Juanzite ist ein schrecklicher Mann. Es gibt nicht viele ähnliche Rekorde, die mit den Guardianen zu handeln. Wie hat er seine Hände auf dem Sentineln-Manufakturungsprozess bekommen? Das ist eine gute Frage. Wie hat denn das rausgefunden, wenn es keine Aufzeichnungen... wenn es so gut wie keine Aufzeichnungen darüber gibt, wie die vielleicht auch noch in der Sprache sind, die man nicht mehr so ordentlich interpretieren kann? Und wie hat er das rausgefunden? Die Frage ist jetzt echt... Ich habe das dumme Gefühl, dieser Schulzeit weiß wesentlich mehr über die ganze Sache als wir. Und wir... Ich weiß nicht, warum. Aber das ist ja eine schreckliche Sache hier. Die benutzen Menschen und andere Lebewesen, um diese... Monster von Sentinels zu erschaffen. Und wir haben schon viele von diesen Sentinels inzwischen gesehen, und die sind ja absolut... Boah! Und... Mal ernsthaft, mir... Die stellen die so her, aber... Wie geht die Sache mit Melissa nicht aus dem Kopf? The Northern Forces are the good guys. Warum sollten das jetzt bitte die Guten sein? Haben die die mit einer Gehirnwäsche rumbekommen oder so etwas? Oder erzählt die doch die Wahrheit? Und in der Wahrheit versucht die Nordami nur irgendetwas aufzuhalten? Was vielleicht noch schlimmer ist als sie? Verfolgen die die Weisheit, dass der Zweck die Mittel heiligt? Ich habe keine Ahnung. Ich interpretiere hier wahrscheinlich viel zu viel rein. Huch! Ich dachte, das Gespräch geht noch viel weiter. Nach dem Treffen. Fünf Minuten später. Ich habe diese Lieder für dich, Sir. Okay. Alex. Jetzt zeig mal, was du für Pläne mit den Sentinels hast. Der Typ hat Dreck ansteckt. 100%ig. Sehr gut. Du kannst gehen. Continue what you are doing, eh? What's your game? Ah, well, it's nothing to fret over. I simply need to direct this war according to plan. And the rest will take care of itself. Den Plan weiterhin nach Plan ausführen? Hä? Soll das jetzt heißen? Das ist alles, Sir. Ich konnte nicht die Identität des Messages senden. Okay. So weiß nur Alex davon. Ich bin ja sehr gut. Es ist nicht gut. Alex hat gar nicht so lange gewusst, als ich die Redenstunde nicht vorgegangen bin. Es steht da, aufhören, mit einem Blick in den Augen, wie er bereits weiß, wie alles er sich productscht. Er ist das Kind, Ich habe das Gefühl, wir sind hier in eine richtig, richtig große Scheißsache reingeraten, ey. Das ist doch eine unglaublich große Scheißsache, dass wir da nicht lebend rauskommen können. Jetzt sind wir auch gar nicht schon lebend rausgekommen. Grotte, ich habe jetzt keine Lust drauf. Können wir deine Beschimpfungen bitte später fortsetzen? Ich bin jetzt einfach nur fertig. Also, was sollst du danach machen? Bleib hier für den Rest von deinem Leben? Ich... ich weiß noch nicht. Das ist eine verdammt gute Frage. Der einzige Grund, warum Yuto zur Südarmee gegangen ist, war es, Melissas Tod zu rächen, der von diesem verdammten Massenheini, dessen Namen hier gerade entfallen ist, umgebracht wurde offensichtlich. Aber jetzt lebt sie wieder und kämpft für die Seite der Nordarmee. Warum also noch weitermachen? Yuto, überleg es dir gut. Ich habe nie gedacht, dass Melissas die Nordrhein-Fahrzeuge haben. Das habe ich doch gerade gesagt, verdammt. Ich bin doch schon... okay, ich bin schon ruhig. Um dir die Wahrheit zu erzählen, bin ich mir stolz von dir. Was? Huh? Oh Gott, ich bin nämlich genauso wie das Gras. Ich bin nicht nur glücklich, dass dein Freund hier ist. Aber warum die Nordrhein-Fahrzeuge, von allen Dingen? Und wenn Melissas mich geholfen hat, sie zu uns? Was sie sagt, mich zu kommen, wo Elgar ist? Ich wundere, was sie denkt. Das sie wirklich glaubt, dass die Nordrhein-Fahrzeuge sind in der Recht? Die Nordrhein-Fahrzeuge sind in der Nähe, und sie hat sich fast verletzt. Ich habe einfach nicht gehört. Du musst nur fragen, dass sie in Person zu fragen. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht in Person zu fragen. Ich habe das Gefühl, dass diese Melissasin nicht zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, wie du sie fühlst. Ich weiß nicht, ob ich sie kann. Ich habe schon meine Meinung gemacht, dass ich nicht nach den Norte gehen würde, egal was passiert. Ich habe endlich angefangen zu fühlen, als ich einen Ort gefunden habe, wo ich wirklich bin. Was waren deine Impressionen von ihm? Von ihm redet ihr über das Gras? Nichts wirklich. Er war nur Judo. Er scheint, als ich ihn letzte Mal gesehen habe. Was heißt hier einfach Judo? true. Er wird endlich zu uns zurückkehren. Zu uns zurückkehren? Okay, das bestätigt eine Theorie, die ich hatte. Die habe ich euch aber nicht gesagt. Die werde ich euch auch nicht sagen. Oh. Oh. Oh, das stimmt. Deine Hauptsache, immer noch Highwind Island war, nicht wahr? Ich habe meine Aufmerksamkeit einen Punkt gemacht. Oh. Oh. Ich habe die Norden gewonnen. Ich bin aus dem Norden, weil ich mich endlich zu Ende der Kriege beenden. Ich habe mich nicht mehr in das. Oh. 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 Oh, das. Oh. Das rückt jetzt gerade alles in ein anderes Licht. Ich muss gerade an eine Sequenz denken, die abgespielt wurde, nachdem Yutu die Sturminsel verlassen hat. Wo Claire mit Huaren mal kurz zu sehen war. Und da kommt diese Sache mit, wenn ich es zum Haustier machen will, soll es klug sein. Dieser eine Satz hat sich gerade mit meinen Gedankenstreichel breitgemacht und will jetzt nicht mehr weg. Kann es sein, dass die Melissa damit meinte? Natürlich ist es ein Schade, dass deine Islande sich in solchen Strahlen befindet. Aber was, wenn ich dir gesagt habe, dass Right auf unserer Seite ist? Was hast du gesagt? Aber mal ernsthaft, jede Armee in jedem Krieg der Geschichte behauptet, dass ihre Sache im Recht ist. Und wohlgemerkt, der Gewinner ist leider immer im Recht. Als du die Wahrheit weißt, wird ich glaube, dass es alles Sinn macht. Dann sagt uns die Wahrheit, ich stehe hier auch im Dunkeln. Und ihr auch, die hier zuschaut. Na gut, ihr vielleicht nicht, denn ihr habt, ihr... Es kann auch sein, dass... Ja, gleich, Sophie. Ich will nur gerade was sagen. Ich wollte was sagen. Was war es denn nun? Heute ist der Tag, der ein Komerade, der in Belfort ist geschlossen, um zurückzulassen. Lass uns zur Opposite-Gate und grüßen sie. Äh, 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 was wird's... Wer ist das? Ist das ein neuer fellow Counter-Sentinel-Uniter? Euer Quatsch bringt mich total aus dem Konzept, Mädels. Was wollte ich sagen? Der Komerade-Name ist Rue. Äh, ich bin fertig mit... Mach, mach einfach weiter. Tut so, als ob ich nicht da wäre. Oh, der Kerl ist endlich zurück. Die Hohlbirne? Der Kerl? Oh Gott. Irgendwie scheint sich als einzige Saffi über die Rücke von Rowe zu freuen. Oh, wow. Was ist sie denn? Eine Hohlbirne. Klassische Bimbo oder was? Oh mein Gott. Ich habe gerade Bilder im Kopf. Die Bilder müssen weg. Ah, ah, ah. Sie ist hervorragend. Ah, ah, ah. Ah, das Bimbo-Bild wird immer stärker. What about that jerk is adorable? Das... Okay. Grotte steht also auf kluge Frauen.